Für Drei, tanze in der Wolkendisco. Disco. Ha, 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 stay in a life. Wow. Wat, Kirschen? Oh nein. Kirschen, dein Ernst. Tut, 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 tut. Oh mein Gott, ich kann schon kommen sehen. Alter, zum Glück habe ich so etwas. Ha, 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 ha. Hab gedacht, ich fall jetzt runter. Nichts passiert, Leute. Ich bin nicht verrückt. Okay. Lauf, lauf. Das wird schwer. Ah, ha, 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 ha. Einen verloren, naja. Puh. Hilfe, was ist denn das für ein Level? Ah, nochmal, okay. Okay. Hilfe. Ich weiß schon, worauf das hinauslaufen wird. Komm schon. Oh, geschafft. Hier brauche ich genau vier. Ha, 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 Stempel, du bist mein. Dankeschön. Was ist denn hier los? Äh, keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich bin verwirrt. Jetzt habe ich fünf? Ah, bitte nicht runterfallen. Hier ist was. Ja, zwei von fünf gehen rein. Was muss ich hier machen? Dein Ernst? Fünf koordinieren? Boah, gerade noch so geschafft. Irgendeiner hat den Stern eingesammelt, darüber bin ich froh und zwei sind draußen oder drei, keine Ahnung. Dein Ernst? Was ist das hier? Bombe, hast du das auf First Try geschafft? Eine ist weg. Ah, halleluja. Pibi, 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 du schaffst das. Pibi. Ah. Pibi. Gut gemacht. Du hast es gepackt. Oh, und der letzte. First Try, Negus. Negus, First Try. Boah. Was ist denn das für ein Level? Schwer und geil zugleich. Aber ich zeige ja, ich habe Skill. Wenn ich das schon auf First Try wieder mal schaffe. Ich bin gut. Boah. Ich glaube, ich werde das Level noch ein paar Mal offscreen zocken. Weil ich fand es geil. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig geil. Und irgendwie kommt es mir nicht nur so vor, sondern die Welt ist richtig kurz. Merkt ihr das? Naja. Welche vier Abenteuer in den Trampolinbergern? Oh, ich habe Hunger. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ach. Naja. Vatteschen Datt. Damals hätte es so etwas nicht gegeben. Nein, 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 nein. Bäume. Was ist denn das? Was zum Henker geht hier ab? Bäume pflanzen. Das hätte es damals nicht gegeben. Damals hätte es keine Bäume gegeben. Ja, verdammt. Hier hätte es so machen müssen. Watt. Kein Power-Up. Ich glaube, du bist krank. Ich will ein Power-Up. Ich will ein Power-Up. Power-Up, sage ich. Was? Kein Power-Up? Das gibt's nicht. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Kreis? Muss ich hier Stampf-Attacke machen? Äh, keine Ahnung. Aber wir sammeln erstmal alle Münzen ein. Ach mein Gott. Oh ja, ich hab sie eingesammelt. Aber ich krieg das Power-Up nicht. Leute, was ist denn das? Nuggets, komm schon. Pibi, ich will hier raus. Ich will hier raus. Was ist das hier? Ich hab keine Katze mehr. Naja, auf. Hallo, Katze. Ah, keine Katze. Mein Gott. Warte, ist schon hier los. Was zum Henker? Was geht hier ab? Was? Okay. Was zum Henker geht hier ab? Ich hab keine Ahnung, was das hier für ein Level ist. Aber ich weiß, was ich grad gemacht hab. War super. Oh, 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 oh. Wow, grad noch so geschafft. Hä, was ist das? Ah, ein Trampolin gibt er mir. Ja, gut, dann gehen wir mit dem Trampolin ins Ziel. Mir fehlt eh noch der Schattempel, merke ich grad. Komm schon, Pibi. Wat? Monster schön bleibt wieder da. Nein! Nein, Pibi! Habe ich jetzt das Trampolin noch gebraucht? Bitte sag nein. Aha, da ist was. Ich hab's gewöhnt. Ich hab's gefunden. Ah, komm! Wie komm ich da bitte schon hin ohne Trampolin? Boah, okay, gut. Ich schau mal, ob ich das überpacken kann. Oh, Pibi! Oh, Pfi! Fail a la Pibi! Da ist der Stempel, wetten! Oh, das wär schön gewesen! Komm! Oh, nein! Zu spät! Und jetzt, komm! Nein! Zu früh! Ja, 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 ich kack auf die 100 Sekunden gerade. Ach, komm! Noch einmal! Ein Try und dann geb ich auf. Eins, zwei, drei. God damn it! Ich muss wirklich den Trampolin da rüber tragen. Mit dem Schmarrn wird's aber schwer gehen. Mit Luigi. Komm schon! Was? Okay, was geht jetzt ab? Das werde ich niemals schaffen. Rechtzeitig ins Ziel. Natürlich! Was verlangst du von mir? Ja, genau. Das schaffe ich nicht mehr ins Ziel. Da ist der Stempel! Und Game Over. Ja, Leute, wir sehen uns gleich da wieder, wo ich stehen geblieben bin. Bis zu gleich. Ah, toll. Hier fange ich also an. Oh, oh, oh. Mein Gott, so muss man es also machen. Nice. No! Samstag, pv, beruhige dich. Samstag, pv, beruhige dich. Samstag, pv, beruhige dich. Es ist Samstag, pv, beruhige dich. Es ist Samstag, Pibi, beruhige dich, 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 es ist Samstag, Pibi, beruhige dich Oh mein Gott Ich bin am Ende Am Ende meiner Kraft Dieses Level ist die Hölle Ihr habt gesehen, wo der Stern ist, der dritte, der letzte, ich werde ihn jetzt nicht nochmal holen, ich werde das offscreen machen, tut mir leid, Leute, dafür habe ich keinen Nerv In der nächsten Session werdet ihr dann sehen, wie ich schon den Stern habe Oh, wieder ein Rätselhaus, Suppe ohne Power-Up ist das perfekt Ein Casino Okay, wir sehen uns beim Casino gleich wieder Oh wohl, warum soll ich kacken? Warum soll ich kacken? Warum soll ich kacken? Warum soll ich kacken, wenn ich kacken kann? Also komm, gehen wir knacken, den Jackpot knacken Denn ich will nicht verkacken Ich will Glocke, ich will Glocke, Glocke, Glocke Perfekt Wui, wunderschön, kann ich auf die Feen eigentlich springen? Das sollte ich schon mal schauen Ja, cool, kann ich Naja Ein bisschen Zeitvertreib Hm, ein One-Up holen Schade, dass man hier nicht so Weitsprung machen kann, um schneller voranzukommen Na egal Bye Okay,. Bye Bye Bye